Energy. Hit-Music only. Weltweit kennen mich ein paar als Model so, aber hier halt schon ein bisschen mehr als Person. Aber Deutsche sind so freundlich und ein bisschen zurückhaltender, dass ich wirklich nie genervt bin davon. Ehrlich gesagt, die Luft und der Geruch von Hamburg merke ich sofort, sobald ich aus dem Flughafen rauskomme. Hat auch gleich schön geregnet, war schön grau, war gleich wieder voll Hamburg. Es ist ein wahnsinnig großer Unterschied, da bin ich nur um durch die Gegend rennen und von A nach B und organisiere alles. Und hier sehe ich meine Familie und bin mal zu Hause und benutze mal eine Küche. Hier ist alles viel ruhiger, hier kann man wirklich richtig leben, während in New York wirklich hauptsächlich Arbeit ist. Ich bin nicht so ein materieller Mensch, weil ich aus dem Koffer lebe. Also ganz, ganz viel kaufen jetzt oder ein Auto kaufen, das würde ich dann einmal im Jahr sehen. Das würde mir nicht so viel bringen. Was ist denn das für eine Frage? Titanic. Ich wollte meinen Oma und Opa auch Titanic zeigen. Wolf würde ich jetzt nicht so sehr wahnsinnig gerne zeigen. Hit music only. Hit music only.